Das nächste ist, dass Geräte menschliche Emotionen verstehen und entsprechend anders handeln. Sie beobachten Gesichtsausdrücke, leiten Ihren Emotionszustand ab, reagieren anders. Wenn Sie einen Oberklassewagen fahren, ist das wahrscheinlich schon eingebaut, ist nichts Neues, ist nur teuer. In den nächsten fünf Jahren wird das billig und geht in den Mittelklassewagen hinein, dann ist es im Massenmarkt. Das übernächste, was geschieht, ich habe da geschrieben, einfache Gedanken, menschliche Gedanken. Ich habe Ihnen das mitgebracht, damit Sie nicht sagen, Jansky, spinnt. Das, was Sie da oben sehen, ist hier in meiner Hand. Das kostet die Hälfte Ihres Smartphones, 300 US-Dollar und ist ein Gedankensteuergerät. Ich würde gerne ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Jemand könnte hier auf die Bühne kommen, kriegt das Ding aufgesetzt und kann uns beweisen, dass man in der Lage ist, einen Computer allein durch Denken zu steuern. Wer ist besonders innovativ, da geht schon eine Hand hoch, bitte kommen Sie vor. Ich glaube, ich denke, ich werde das mitgebracht. Vielen Dank.